Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Das ist nicht einfach, ja, das ist nicht einfach, aber doch, ja, recht spannend Halt dich einfach an uns, dann läuft das hier Als du heute der Muslima fast den Vertrag angedreht hast, da wusste ich, der Junge gehört zu uns Du bist ein Killer, weißt du das? Ein Killer Weißt du, was ihr Rekord ist? Nee Rate mal An einem Tag Sieben Das ist wirklich beleid Zwölf 25 Internetverträge an einem Tag Was glaubst du, dass so ein Astronaut verdient? Ich weiß nicht Ja, ich auch nicht Aber für die einen Monat konnte er einpacken Pass auf Dieses Wochenende Fußball Bei uns Was sagst du? Okay Rat mal, wo wir uns kennengelernt haben Im Stadion Es war Liebe auf den ersten Blick Kein Scheiß Und du? Wer wartet auf dich? Ah, niemand Ich hol mal noch eine Runde, ja? Geht auf mich Geht auf mich Das ist Ja, ich hoffe, dass wir uns Carneieren Und du? Ich hoffe, es war mir Bis zum nächsten Mal Ich hoffe, es war mir Hm. Kann ich dich mal was fragen? Klar. Worauf stehst du so? Wie? Beim Sex. Also... Du stehst auf so harte Sachen, oder? Ist erst peinlich? Nein. Na, nein. Gut. Ich dachte schon, du wärst neunziger und könntest nicht offen über Sex reden. Doch, klar. Echt? Erzähl mal. Also... Also so normale Sachen, so halt. Ich weiß nicht. Also, willst du wirklich bis jetzt darüber reden? Ja. Also, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Stehst du auf Annal? Was? Ich schon. Und du? Keine Ahnung. Wie, keine Ahnung? Sowas weiß man doch. Stehst du drauf oder stehst du nicht drauf? Doch, doch. Du stehst da drauf. Ich seh dir das an. Oh Gott, ey. Oh Gott. Du hast sowas noch nie gemacht, oder? Was? Doch, doch. Ach ja? Echt? Ich weiß nicht. Ja. Ja. Wobei, Thomas dachte ja am Anfang, das geht überhaupt nicht. Wir haben grad über dich geredet. Nur Gutes hoffe ich. Ich geh mal pinkeln. Tja. Ich habe das Gefühl, dass ich mich nicht mehr so fühle, dass ich mich nicht mehr so fühle. Wie lange seid ihr beide eigentlich? Seid ihr schon lange zusammen? Ja. Ja. Wo ist Thomas? Ah, ich dachte... Okay, ich habe über uns nachgedacht. Du bist irgendwie schön. Also nicht im herkömmlichen Sinne, aber du hast was. Du bist nicht gerade Cristiano Ronaldo. Danke. Als du vorhin so, also da ist so eine Chemie, die uns umgibt ja und als du vorhin so offen über Sex geredet hast, das hat mich irgendwie total angemacht. Und ich glaube wir, es wäre gut, wenn du glaube ich mit mir schlafen würdest. Was? Fick mich. Hör bitte. Fick mich. Fick mich. Fick mich. Bitte, bitte, sei still. Komm schon. Fick mich. Sag das nicht. Fick mich, bitte. Fick mich, bitte. Fick mich, bitte. Fick mich, bitte. Fick mich. Fick mich. Findest du sie hässlich? Nein. Also findest du sie geil? Nein! Was ist los mit dir, Mann? Was mit mir los ist? Nicht in diesem Ton, Freundchen. Also, was ist? Ich habe nichts gemacht. Willst du Yvonne ficken? Ja oder nein? Das ist eine ganz einfache Frage. Nein? Boah, es ist mir gerade echt so blöd. Du bist so ein Arschloch. Ich schwöre, ich habe nichts gemacht. Ja, du findest sie hässlich. Nicht Fackebel oder was? Alter, du beleidigst gerade meine Freundin. Was klotzt du so? Glaubst du, du bist Cristiano Ronaldo? Nee, du hast es hier gerade echt verscherzt mit deinen einzigen beiden Freunden hier. Weißt du das? Du bist ein Witz. Du bist einfach nur ein Witz. Ich weiß es nicht. Komm, wir gehen. Wenn du dir noch eine Sache leistest, dann kriegst du eins auf die Fresse. Hast du verstanden? Hast du verstanden? Der Holt. Guck mal, der Holt. Komm, wir gehen. Jungs, bis morgen. Ciao. Die Rechnung geht auf ihn. Guck mal. Die Rechnung geht auf ihn. Guck mal. Okay. Okay.